Ich war Fußballtrainer, Bündnertrainer, ehrenamtlich vier Jahre. Rechtlich gesehen gibt es ihn gar nicht. Ich wünsche mir einfach mein altes Leben. Ich will nicht mehr haben wie das, was mir eigentlich jedem Menschen zuschaut. Sie nehmen alles, dein Leben und dein Gehirn. Wie sind die Chancen für die Menschen, dass sie in Europa kommen? Legerellt? Legerellt? Wir wissen nicht, weil ich glaube, dass die europäische Länder nicht erwartet werden, die Reformation für die Refrüge und andere internationale Terroristen. Legerelle.